Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zwischendurch. Und zwar habe ich ein paar kleine Ankündigungen. Erstmal ein quasi eigentlich nur Funfact am Rande, wenn wir ehrlich sind. Und zwar spiele ich heute mal im ersten richtigen E-Sports-Turnier in einem Open Qualifier mit verschiedenen Uni-Teams. Und dort bin ich eben auch mit meinem Uni-Team dabei. Ihr könnt die Streams auf dem Uni-Liga-Twitch-Account sehen. Aber keine Ahnung, ich glaube es ist eher unwahrscheinlich, dass man mein Team sieht. Ansonsten, genau da bin ich heute dabei. Vielleicht denke ich dran auch noch einen Link in die Videobeschreibung zu packen. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wir haben aber jetzt auch nicht so die größten Ambitionen. Wir machen das halt hauptsächlich aus Spaß. Insofern, ja ganz entspannte Sache. Und da bin ich heute auf jeden Fall auch dabei. Ansonsten wollte ich nochmal sagen, ja heute kommt tatsächlich kein The Architect Paris Video, wie es sonst eigentlich Samstag bei mir üblich ist. Das hat ja ein paar verschiedene Gründe, unter anderem jetzt, dass ich hier auch jetzt mit anderen Sachen eingespannt bin. Aber unterm Strich ist mir aufgefallen, dass ich auf jeden Fall Probleme habe mit den Schedules, die ich mir selber setze. Und zwar hatte ich jetzt halt eben jeden Mittwochabend, jeden Samstagmittag, hatte ich gesagt, okay, ich hau da dieses oder jenes Video raus. Ich merke, hey, das ist zwar ganz cool für ein paar Wochen so, aber am Ende des Tages, so im Longrun, nimmt mir das auch einfach selber ein bisschen Spaß raus. Und ja, das ist halt das, worum es mir hauptsächlich geht bei YouTube. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, einfach zu sagen, hey, ich mache das nicht mehr mit Schedules, ich werfe Schedules komplett über den Haufen. Und ich mache einfach Videos und ich lade Videos hoch, wann immer ich halt gerade Bock und Zeit dazu habe. Also, es wird, glaube ich, das letzte Mal sein, dass ich jetzt irgendwie so einen festen Plan irgendwie mir selber stecke. Dann und dann kommt so ein Video. Sondern ja, es kommt einfach ein Video, wenn ein Video kommt. Und wenn ich eben Spaß und Zeit und alles da gerade zusammen habe und alles sich trifft. Insofern, ja, dann macht's gut bis zum nächsten Mal, im nächsten Video. Und bye, bye.